Ich habe vor einiger Zeit dieses israelische Rettungstuhl für Spezialeinheiten vorgestellt und da ist hinten im Griff, in der Pro-Version, eine Säge mit eingebaut, eine Klappsäge, die Bosch Sägeblätter aufnehmen kann und da waren viele Kommentare dabei, die gesagt haben, voll genial, super. Jetzt gibt es leider diese Säge nicht einzeln zu kaufen, aber ich habe mich ein bisschen umgeschaut, welche andere Kombinationen möglich wären und habe das hier von Stanley gefunden. Das ist auch ein wechselbares Sägeblatt. Ob so etwas für den Outdoor-Bereich sinnvoll ist, das finden wir gemeinsam heraus. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Das Teil habe ich vor einiger Zeit vorgestellt, da habe ich auch die Säge dazu vorgestellt, mache ich jetzt nicht mehr. Oben beim i-Klicken, wenn dir das interessiert, Spezialeinheiten, Rettungstuhl, großes Feedback, ding cool, leider zu teuer. Gut, muss man dazu sagen, hält ewig extreme Materialien. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern es geht um die Säge. Und zwar gibt es eine Säge dazu. Schaut euch das bei mir oben an, wo man ein Sägeblatt von Bosch einbauen kann. Und jetzt habe ich gesucht auf Amazon. Das ist von Stanley. Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Dort habe ich es auch her. Und da kann man auch dieses Sägeblatt hier auswechseln. Und das interessiert mich jetzt, ob das vielleicht etwas für den Autobereich ist. Das Video erinnert mich irgendwie ein bisschen an dieses Video, wo ich das Stanley Messer als mögliche Survival-Messer-Option vorgestellt habe. Auch oben beim i-Klicken. Das erinnert mich daran. Denn eigentlich ist das hier ein Sägeblatthalter. Das ist Kunststoff. Nicht sehr massiv. Hört man vielleicht auch. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, ja, das ist stabil. Also wenn man da mal so richtig, wenn da was drauf fällt oder so, ist das sicherlich kaputt. Schaut euch das an, das ganze System ist nicht so toll. Hier hinten, da ist eigentlich ein Fach, wo man Ersatzsegelblätter reingeben kann. Ich muss dir aber etwas sagen. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd bin, was gut möglich sein kann. Oder das Ding, das ich von Amazon gekriegt habe, ist kaputt. Denn ich kriege das Fach nicht auf. Ich bin, ich weiß nicht, ja, obwohl, ich bin sicher nicht stark. Genau, ich bin nicht, aber so ein schwacher, so ein schwacher Eierbär bin ich dann auch wieder nicht. Ich kriege das nicht auf. Aber in der Produktbeschreibung, schau dir das an, steht, dass man da weitere von diesen Sägeblättern, die es natürlich auch zu kaufen gibt, hier hinten reingeben kann. Das heißt, das wäre jetzt sozusagen die Option, dass ich sage, okay, ist dieses Sägeblatt hier durch, nehme ich das nächste. Aber bleiben wir gleich beim nächsten. Das ist ein Metall-Sägeblatt. Zumindest interpretiere ich das so, ich bin ja kein Maschinenbauer. Aber wenn das ein Metall-Sägeblatt ist, dann ist es natürlich nicht so cool zum Nacharbeiten und ich konnte kein Holz-Sägeblatt dazu finden. Ja, soll so sein. Abgeschraubt werden kann, kann mit einem Philips, also mit einem Kreuzschrauben ziehen. Das ist alles kein Thema, also den muss man mit dabei haben. Und da stelle ich mir halt dann wieder die Frage, ob das wirklich so cool ist. Wie gesagt, wir werden das sehen. Jetzt im Vergleich zum Beispiel, das billigste Eigenwerbung, es gibt natürlich bei mir im Shop diese kleine Mini-Säge hier, diese italienische, japanische Nachbau oder Nachbau von der Silky interpretierte und italienische Verhältnisse angepasste Sägeanschau. Da muss ich da halt schon dazu sagen, recht viel Größeunterschied ist es nicht. Da ist die sogar noch größer. Und dieses Sägeblatt hält halt auch einiges aus, ist klar. Kann ich nicht so einfach wegfallen. Wobei es gibt auch hier Sägeblätter, gibt es auch bei mir im Shop, kann ich mit einem Schlitzer aufmachen. Also da stelle ich mir wirklich die Frage, ob sowas im Autobereich wirklich sinnvoll ist. Ich weiß nicht, das einzige was ich da akzeptiere, ist es extrem leicht. Also im Vergleich zu dem, das hat halt schon einiges an Gewicht, das ist sehr sehr leicht. Aber dafür wird die Leistung auch eine andere sein. Aber das schauen wir uns gleich an. Meine lieben Umweltschützer, die jetzt da ein Problem haben, ich bin hier auf Valdøllaup.at. Das heißt, ich darf das hier. Bitte an alle anderen, bitte nicht irgendwo hingehen und irgendwo was abschneiden von irgendjemandem, das ist klar. Aber ich darf das hier. Diese Haselsträuche wachsen in einen Parkplatz rein und die werden sowieso immer abgeschnitten und ich nutze diese Möglichkeit gleich, um meine Ausrüstung zu testen, um dieses Thema auch im Griff zu haben. Also, Saharostock. Geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Hui, ist warm worden. Ist ja klar. Geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ist okay. Ist okay. jetzt die Frage, wie lange das dann scharf bleibt. Aber das werden wir jetzt in dem Video nicht rausfinden. Aber wir werden das eh in Langzeit testen. Ich mag jetzt gleich einmal den Vergleich zu der hier machen. Beißt schon mehr, muss ich schon sagen. Wie gesagt, es sind natürlich einiges an Gewicht. Aber meiner Meinung nach, weil da einige Kommentare bei diesem Israeli Ding, wie gesagt, ich habe hier oben den Link gegeben, haben gemeint, ja, da nimmt man sich doch einen solchen Halter, das ist viel gescheiter als irgendeine andere Säge. Das ist alles viel gescheiter und sowieso und überhaupt. Also, meine Meinung ist dazu ziemlich einfach. Ziemlich einfach. Ich meine, du hast jetzt gesehen, die beißt viel besser als die hier. Und daher ergibt sich folgendes Bild. Wenn ich so ein Spezial-Tool habe, in dem ich ohnehin die Möglichkeit habe, irgend so eine Säge mit einzubauen, dann mache ich das halt. Um diese One-Tool-Option. Wie gesagt, schau dir das Video an. Aber jetzt etwas, was eigentlich für den Handwerker gedacht ist, für den, ja, Handwerker Indoor, für Outdoor zu gebrauchen, ist möglich, ist okay. Und besonders, wenn ich es eh daheim habe in meiner Werkzeugkiste und ich sage, ich möchte jetzt nicht gleich, wobei die ist nicht so teuer, in meinem Shop, ja. Und ich will nicht, ich will einmal Bushcraft ausprobieren. Und so Wibletraining einmal ausprobieren. Und so Matur halt mit Bauen und so weiter. Und ich will nicht gleich x Euro ausgeben, sondern ich habe eh was daheim, dann ist es ja okay. Aber wenn ich keine Säge habe und mir überlegen will, ich möchte eine halbwegs vernünftige Ausrüstung zusammenstellen, dann wäre meine erste Wahl sicherlich nicht so etwas, was für den Indoor-Bereich gedacht ist. Es geht, haben wir gesehen. Und es ist auch durchaus in Ordnung und es hat auch seine Berechtigung. So wie ein Stanley Messer seine Berechtigung hat als Survival-Messer, wenn ich nichts anderes habe, ja. Wenn ich nichts anderes habe, aber wenn ich meine Ausrüstung zusammenstelle, dann würde ich so etwas empfehlen. Oder eine andere Marke, es geht ja jetzt nicht darum, dass ich das im Shop habe, aber so etwas. Etwas, was für Garten- und Outdoor-Bereich gedacht ist. Okay? Das ist meine, ja, meine Meinung ganz einfach dazu. Ja, das war's jetzt. Also, wie gesagt, es ist so meine Meinung dazu. Ich gebe mir den Link auf Amazon. Dann kannst du das Teil anschauen. Wenn du so etwas für den Indoor-Bereich suchst, dann mach das. Und natürlich auch den Link in meinen Shop zu dieser Säge hier. Und übrigens, vor einiger Zeit hat mir jemand eine E-Mail, nein, es war eine E-Mail. Ja, es war eine E-Mail geschickt. Raini, du bist ein Verkaufshypnotiseur. Und da habe ich mir gedacht, ich will das einfach mal ausprobieren. Daher konzentrier dich bitte da auf meine Nasenspitze. Bitte schau her auf meine Nasenspitze. Ja. Und jetzt. Kaufe, kaufe diese Säge. Kaufe, kaufe diese Säge. Ich bin gespannt, ob jetzt nach dieser Hypnose-Aktion irgendjemand diese Säge kauft. Wie gesagt, den Link würde ich da geben. So soll es sein. Daumen nach oben oder nach unten. Ganz wie der magst. Schreib mir einen Kommentar. Wie siehst du das? Jetzt ernsthaft. Wie siehst du das mit solchen Teilen? Warte mal. Ich weiß nicht mehr, wo ich es habe. Die Säge. Warte mal. In meiner vielen Taschen. Auf jeden Fall. Was hältst du davon? Solche Dinge, irgendwie Zweckentfremdung. Was ist da deine Meinung? Oder greifen wir gleich auf etwas Gescheites? Bin ich gespannt auf deine Meinung. Daumen nach oben oder nach unten. Ganz wie du magst. Abo dalassen. Da geht's. In meinen Shop. In meinen Shop. Billige Eigenwerbung. Hypnose. Ein paar andere Videos. Es hat mich gefreut. Und vielleicht auf Waldo Labattie vorbeischauen. Dann kannst du deine Sägen auch ausführen. Ciao, ciao.